Ich habe mich sehr lange damit auseinandergesetzt und habe für mich den Schluss gezogen, dass es für mich die einzig wahre Religion ist. Alhamdulillah, Alhamdulillah. Hast du den Koran komplett gelesen? Ich habe ihn nicht komplett gelesen, ich habe einen Teil gelesen, also ich habe die Person gelesen, die ihr auf eurer Website habt, weil es ist wirklich diese verschiedenen Übersetzungen, die es gibt, da wird eine richtige Erschlagung davon. Ich weiß gar nicht, welche Übersetzung ist, die man eigentlich kaufen soll. Die besten Übersetzungen sind von Mohammed ibn Rasul, von Frank von Bubenheim und dann gibt es eine Übersetzung von Max Henning, die ist nicht hundertprozentig, aber, sag ich mal, Fehlern gibt es nicht viele drin. Das sind die drei gute Übersetzungen, die man hier in Deutschland kaufen kann, aber alles andere Finger weg davon. Machen wir das gemeinsam inshallah? Ja, okay. Also du bezeugst, dass keiner verdient hat, angebetet zu werden außer Allah, und du bezeugst, dass Mohammed sein Diener und Gesandter ist. Ja. 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 du bist jetzt offiziell mein bruder geworden das freut mich richtig ihr wisst mein herz ist aufgegangen ich kann das gerade beschreiben was ich jetzt im moment was jetzt fühle ich bin dermaßen aufgeregt ja das ist die recht leitung oder das ist ein geburtstag und du hast jetzt den schlüssel des paradies in der hand und möge alle menschen hier in deutschland zum islam recht leiten damit sie auch diese zufriedenheitsgefühl im herzen spüren können ja Ich erhebe, dass es nicht nur Gott gibt, sondern Allah gibt. Ich erhebe, dass es nicht nur Gott gibt, sondern Allah gibt. Ich erhebe, dass es nicht nur Gott gibt, sondern Allah gibt.